Dieses zum Kauf angebotene 8-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Leimersheim. Das im Jahr 1975 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über drei Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche befindet sich in Leimersheim. Eine Wohnfläche von ca. 684 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 220 Quadratmetern auf. Das Haus hat einen Kaufpreis von 299.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Das Haus hat einen Kaufreisen. Das Haus hat einen Kaufreisen. Das Haus hat einen Kaufreisen. Vielen Dank.